Spektakuläre Notlandung auf der Deichkrone. Nach einem Propellerschaden hat ein 61-jähriger Pilot aus Lingen am Sonntag gegen 11.30 Uhr sein einmotoriges Sportflugzeug im Segelflug Richtung Elisabeth-Grodendeich im Wangerland gesteuert. Die Landung glückte. Der erfahrene Pilot und seine beiden Passagiere blieben unverletzt. Laut Polizei war der 61-Jährige mit seiner Frau und seiner Schwägerin von Nordhauen zur Insel Wangerooge unterwegs. Als er den Deich passiert hatte, stellte er fest, dass ein Blatt des Flugzeugpropellers abgebrochen war. Der Pilot stellte den Motor ab. Er drehte sofort in Richtung Festland und brachte die Maschine auf dem Binnendeich sicher zu Boden. Das Flugzeug rollte auf dem Deichsicherungsweg aus. Der Unfall wird durch die Bundesanstalt für Flugunfälle untersucht. Das Flugzeug muss nun noch vom Deich abtransportiert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017